Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meinem Paladin. So, wir sind jetzt hier, um dir eine Quest abzugeben. Das ist ja hier um die Ecke. Uh, da liegt was. Ofas gebundenes Notizbuch. Aha. Ja, das sind die Schätze, die wir finden müssen. Gesucht, Sandspeer Vesarek. Ist er da? Nee. Abgeben. Jawohl. So, wir wollten ja... Wir haben ja aufgehört letztes Mal hier mit den Splittern. Und wir müssen jetzt... Der fehlende Schlüssel. Ne? Trefft euch mit Vorik bei Wolvinch Duarts. Da werden wir jetzt auch hinreiten. Auf, auf! Ich würde hier gerne hinfliegen, aber nein, die müssen reiten. Dann nehmen wir am besten den Weg hier. Ja. Ziehen wir einmal durch. Das sind ja alles unsere. Genau. Das bleibt ja am Zacken hängen. Ein paar Brücken sind ja hier noch ganz. Hier sind, glaube ich, auch noch Quests gewesen. Sollen wir die gleich mitnehmen? Ach komm, die machen wir jetzt erst, bevor wir rüber reiten. Aufbau eines Orts. Damit 20 Seetrickwaffen innerhalb des Tempelübergriffs. Fuck. Jetzt habe ich die Quests nicht vorgelesen. Wow. Tana. Himmelsrufer-Gemetzel. Einige unter den Trolllosen verfügen über die Fähigkeit, den Sturm zu beherrschen. Sie nennen sich selbst Himmelsrufer. Und nutzen ihre Magie, um große Säulen zu beschwören, die Erde in den Sand verwandelt. Nur die Himmelsrufer können diese Säulen erschaffen. Wenn ihr sie ausschaltet, scheidet ihr auch die Fähigkeit der Seetrag aus, ihre Kriegslager zu erweitern. Tötet sechs Himmelsrufer. Sooo. Tempelverteidiger. So. Wir müssen sowieso in die Richtung. Also werden wir jetzt hier rumreiten. Und... Bist du böse? Ja. Und werden die Leute da befreien. Und töten. Und, und, und. Ne? Ist ja hier und dann rechts. Dann gucken wir mal. Hallöchen. Trollloser Verteidiger. Na komm mal her du. Oh nein, das ist Angeln. Ha! Kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat. Dann machen wir nämlich erst diese Quest hier. Ich hab die nämlich letztes Mal vergessen. Also wo ich meinen Druiden hier gelevelte habe, hab ich die später erst gemacht. Und denkt dran, wenn ihr im Nachhinein ein Quest nachholen müsst, das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist so gut. Oh, guck mal. Die Säule ist da, aber die Typen nicht. Okay. Naja. Dann machen wir erst mal die anderen. Vielleicht finden wir noch eine Säule. Mit irgendwelchen Leuten dran. Da sind Waffen. Hier war nämlich gerade jemand quetzten, deswegen. Vielleicht finden wir ja noch jemand. Die Blitze sind auf jeden Fall schon mal da. Wow. Ach genau, hier oben ist ja auch noch ein Rammob. Irgendwo. Ach guck mal, da stehen sogar welche. Kommt, ich befreie erst mal. Und dann holen wir uns den Rammob. Niemals. Ich mach dich eher lang. Nee, 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 nee. Nee, kann ich das nicht stannen? Ja doch, geht natürlich geht es. Wunderbar. Soll ich mich vielleicht mal angewöhnen, für die Rammobbs auch die Flügelchen anzuwerfen. Weil das gibt ja auch immer ein bisschen Schadensboost hier. Ey, jetzt lohnt glaube ich nicht mehr. Wobei, ach komm, shit drauf, drauf da. Das kriegt er auch noch. Das da, das da. Und gleich liegt da. Jawohl. Bisschen heilen. Und dann brauchen wir die hier. Und den brauchen wir sechs Stück von denen. Gibt's ja nicht. Oh, jetzt haben wir wieder einen Herlauf. Und wieder falsch, schlecht gemanagt hat. Da bin ich ja mal gespannt, wie das im Verlauf wird. Ich hab mal das Gefühl, ich hab zu wenig, äh... So. Junge. Was greifst du mich jetzt hier an, hä? Also wirklich. Eigentlich sollte das ja, glaube ich, eher zum Finishing sein. So, jetzt bin ich da. Jawohl. Das ist auch noch... Oh, ziemlich doller getriggert. Wollte ich gar nicht. Ach, die mit ihren Krallen, ne? Komm her, Herze. Templer rein und gut. Krabbelt hier jemand rum? Nö. Ja, können wir ja mal eben die Waffen einsammeln. Sammel alles ein. Hier sind auch noch zig Waffen. Zack. Da vorne sind noch die. So. Aufi. Und nochmal. Ah, guck mal, die beiden treffen sich da. Ansonsten... Ah, da ist noch einer. Komm her, du. Komm ran, du. Da ist Erz. Da ist irgendwo Erz. Holen wir uns nochmal schnell das Erz. Dann haben wir das auch. Wenn uns das Ding keinen Blitzschlag verpasst. Nee, doch nicht. So. Dann sprinten wir mal mit dem Mount da durch. Komm her. Ich nehme mich auch mal mit. Bevor du mir hier ins Kreuz fällst. Während ich hier alle frei und nutze und so. So. Freilassen. Und Waffen. Noch eine Waffe. Ja, 20. So eine Menge, ne? So. Dann gehen wir mal hier rein. Euer Land wird als nächstes fallen. Ach, glaub ich nicht. Glaub ich nicht. So. Haben beide einen abgekriegt? Nee. Nee, der hat das nicht abgekriegt. Ach, guck mal. So. Ich hab übrigens mal nachgeguckt, wenn der Iron Man hier durch muss. Der darf nicht. Der darf nicht die, äh, den Hals benutzen. Da bin ich echt mal gespannt. Wie ich das manage, wie man hier durchkommt. Mein Tod wird gerecht. Ja, ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt da hin? Ich glaub, da hinten, ne? Da sitzt noch einer drinnen. Ja, wenn der da gerade am Tor ist, dann können wir ja mal kurz den hier befreien. Dann mounten wir auf. Mit dem unauffälligsten Mount, was wir haben. Und schleichen wir uns mal hier durch. Da sind noch welche. Da sind auch welche. Wir brauchen aber die Waffen. So. Nehmen wir die mal. Hier kann man übrigens wunderbar auch das Mount farmen. So, die Waffen haben wir. Wir brauchen noch zwei von den Typen, ne? Das Erz. Oh, ich bin das Erz. Dich brauche ich nicht. Den anderen brauche ich nur. Ja, dann kommt doch mal beide her. So. Habt ihr mich beide einabgekriegt. Passt du. Zack. Das war auch fertig. So, komme ich da dran, ohne alle zu pullen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Komm. Dann gehen wir nämlich nach der Quest, wenn wir das hier fertig haben, nämlich wieder ins Lager. Und machen das hier nämlich erstmal fertig. Und danach gehen wir dann zu Warwick. Warwick hört sich an wie eine amerikanische Serie. Das war ja wohl jetzt knapp. Das war, hallo. Das war jetzt knapp. Entweder ist der genau gerade gespawnt. Oder ich hatte einfach nur Glück. Hier. Bitteschön. Die Waffen. Die anderen Sachen. Und bitteschön. Jawohl. Fertig. So. Das würde heißen, wir gehen in der nächsten Folge zu Warwick. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns. Oh, das wurde ich mir gleich noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mit Warwick hinten wegen dem Schlüssel aufmachen. Also, bis dahin. Ich danke euch. Bye, bye. Bye.